Neben mir stehen jetzt Lea Strom und Scarlett Eisenhower von Ethics, dem Lab für Innovationsethik in Zürich und sie werden euch jetzt etwas über die digitale Demokratie erzählen. Viel Spaß. Genau, wir freuen uns sehr, seid ihr heute alle gekommen zu unserem Vortrag. Es ist mehr so ein kurzer Input eigentlich zum Thema Vertrauen. Es ist ein großes Wort, was immer wieder erwähnt wird, wenn wir von Digitalisierung sprechen und wir haben uns schon relativ lange mit diesem Thema auseinandergesetzt und dachten, es wäre spannend heute zu schauen, wenn wir von digitaler Demokratie sprechen, was für eine Rolle spielt dort Vertrauen und wie können wir vielleicht Vertrauen auch erhöhen für die Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Und wir eben sind von Ethics ansässlich in Zürich, wir erzählen später auch nochmal ein bisschen mehr davon. Genau, wenn wir also von Vertrauen sprechen und Demokratie, dann kommt häufig dieses Wort Vertrauenskrise. Es ist schon ein wenig ausgelatscht eigentlich, spricht man von dieser Vertrauenskrise in die Institutionen, in die Demokratie. Wir haben gedacht, okay, wie sieht es denn in der Schweiz aus? Hier die Credit Suisse macht jetzt ja dieses Sorgenbarometer, wo sie die Schweizerin eben auch befragt, wie groß ist ihr Vertrauen in die Institutionen. Wir haben nur so als Vergleich, etwas unschön, haben sie in einem Jahr eine Grafik gemacht, im anderen eine andere, da sieht man den Vergleich nicht so schön. Aber die gewählten politischen Institutionen zwischen 2018, das Violette auf der linken Seite, und 2019 haben einen Vertrauenseinbruch von 10, 15 Prozent gehabt, also Nationalständerat, Bundesrat. Auch in der Verwaltung kann man das da sehen. Die öffentliche Verwaltung von auch knapp 15 Prozent Vertrauensverlust in einem Jahr. Das ist schon ganz beeindruckend eigentlich, wie man das hinkriegt. Was jetzt in dieser Grafik nicht gezeigt wird, aber in der ganzen Studie, es geht eben nicht nur um Verwaltung und Politik, sondern auch um andere demokratische Akteure wie Parteien, wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Verbände oder eben auch bezahlte Zeitungen, so als vierte Kraft der Demokratie, der Journalismus. Und diese Akteure haben zum Teil wirklich auch 20 Prozent eigentlich Vertrauensverlust gehabt in einem Jahr. Und das ist jetzt mal noch unabhängig von digitaler Demokratie. Es geht grundsätzlich einfach um die Vertrauenskrise in die Institutionen. Wenn wir aber über die digitale Demokratie sprechen, dann ist es nicht erstaunlich, dass es dort wahrscheinlich nicht viel besser aussieht. Immer wieder kommt es da eben, wir haben es Debakel genannt, Pannen, wie auch immer man das möchte, wenn es um eigentlich Ausdrücke von digitaler Demokratie geht. Wir haben den Fall von E-Voting. Gibt es ja später auch nochmal eine detaillierte Session. Das ist ja nicht nur ein Problem, was wir in der Schweiz haben, sondern auch im internationalen Vergleich, da in Iowa bei der Vorwahl der Demokraten, wo dieses digitale Wahltool nicht funktionierte. Und natürlich sicher auch, wenn wir über die E-ID sprechen, da ist ja die digitale Gesellschaft sehr stark mit involviert. Und auch hier in diesem Beitrag wird immer wieder diese Vertrauensfrage hervorgebracht. Hier geht es um fehlendes Vertrauen zum Beispiel in die privaten Unternehmen. Um dem Ganzen ein bisschen einen Rahmen zu geben, von was wir heute sprechen. Wenn wir uns über digitale Demokratie Gedanken machen, dann schauen wir uns hauptsächlich, nicht ausschließlich, diese drei Kategorien eigentlich an oder finden das interessant, uns darüber Gedanken zu machen. Wir sprechen eben Civic-Tech-Plattform, E-Government und digitale Informationsvermittlung. Und die Fragen, die wir uns dabei stellen, sind eigentlich, die haben wir ja auch aufgelistet, immer die Frage, wer steckt dahinter, wer produziert eine solche Plattform, aber auch eben, wie steht es um Datensicherheit, um Datenbesitz. Und wenn es bei digitaler Informationsvermittlung, da eben auch immer die Frage, was sind eigentlich die Quellen dieser Information, gibt es vielleicht Bises, die sich da mit einschleichen. Um das Ganze jetzt ein bisschen weniger Top-Down zu machen, würden wir euch auch gerne fragen, und zwar mal so einen kleinen Input, wer vertraut zum Beispiel oder wer benutzt SmartVote, vertraut SmartVote, ihm oder ihr eine korrekte Wahlempfehlung zu geben. Mal so. Okay. Das ist schon nicht schlecht. Wer misstraut dieser Plattform? Okay. Da haben wir auch ein paar Hände, die hochgehen. Vielleicht wäre es interessant, mal zu hören von den Leuten, die SmartVote eben nicht vertrauen. Es waren so vier, fünf Hände. Wieso? Was sind Gründe für dieses Misstrauen? Ihr könnt es entweder reinrufen, es gab vielleicht irgendwo auch ein Mikrofon, was so Gründe sind für dieses Misstrauen. Jemand, der da... Weil es komplett subjektiv wirkt und ich keine Ahnung habe, woher diese Fragen, die den Politikerinnen eigentlich gestellt werden, kommen. Ist es eine Erhebung, was den Stimmbürger oder die Stimmbürgerin derzeit interessiert oder ist es einfach, was die Betreiberinnen und Betreiber der Plattform interessieren? Okay, super. Noch andere Kommentare? Ja, also eigentlich bei SmartVote schaue ich mir nur schnell diese Spider an und dann streiche ich irgendjemanden durch. Und ich meine, das ist einfach willkürlich. Da kann ich auch einfach eine Liste einlegen. Okay. Auch SmartVoting ist gemeinsam mit dem Benutzen von Smartphone. Da ist man in seinem Bubble und wird vorher gefüttert und nachher den Ausgang gefragt. Okay. Also Hauptthema Bubble. Okay. Das geht zumindest gut. Es war auch vielleicht noch zwei Kommentare oder zu Leuten, die SmartVote vertrauen. Worauf basiert ihr dieses Vertrauen? Warum denkt ihr, dass ihr damit eine gute oder dass das eine nützliche Wahlempfehlung sein könnte? Um noch ein paar Gegenstimmen zu hören. Es waren sehr viele Hände. Also irgendwer müsste sich dazu noch äußern möchten. Da drüben sehen wir gerade. Für mich ist klar, dass die Diversität der Fragen bei SmartVote ist so hoch, dass die Fragen, die mich interessieren, die werden ja beantwortet und dann bekomme ich schon das Ergebnis, das dem ungefähr entspricht, was ich möchte. Okay. Vielleicht noch ein Kommentar hier vorne. Da ist auch ein. Wir kommen gerade hier vorne. Wir können dann gerade noch einen Kommentar nehmen. Ist gut. Ich finde SmartVoting von dem her ein bisschen, also die SmartVotes beide ein bisschen paradox, von dem her, dass sie eigentlich, sie stimmt für mich mehr oder weniger. Und der einzige Grund, dass ich weiß, dass sie für mich stimmt, ist, dass ich sie nicht brauche, weil ich mich schon vorher mit den Politikern beschäftigt habe. Okay. Gut. Also nur eine weitere Unterstützung irgendwie. Ja, danke. Ich hatte schon gedacht, ich müsste sonst twittern, aber das mache ich natürlich auch. Ich möchte eigentlich gerade das Gegenteil haben, was davor da drüben kam. Also für mich hat das viel auch mit Selbst- und Digitalkompetenz zu tun. SmartVote ist sehr transparent. Vertrauen heisst für mich eben nicht blindes Vertrauen, sondern zu schauen, woher kommen die Fragen. Die kommen aus parlamentarischen Geschäften der letzten Legislaturperiode. Das heisst, es ist nicht einfach willkürlich für mich, sondern ich weiss, woher die Fragen kommen. Ich weiss auch, welche Kandidaten wie sich selbst eingeschätzt haben. Übrigens, kleine Anekdote am Rand, die vielleicht für Misstrauen wirkt, aber ein Bekannter von mir, der kandidiert für eine Partei, der ist mit sich selbst zu 80 Prozent übereinstimmend. Sehr gut. Da sind jetzt auch schon ein paar Keywords gefallen, die wir gerne wieder auch aufnehmen wollen. Diese Idee von eben Transparenz. Es ist transparent, wie das Tool aufgebaut ist. Das heißt, auf der einen Seite intransparent, scheinbar nicht gut genug kommuniziert. Das war der erste Kommentar. Irgendwie wissen nicht alle, die das Tool benutzen, wie es kommt. Aber man kann doch zu diesen Informationen kommen. Und auch das Wort Blinde, das blinde Vertrauen ist hier gefallen, was wir sehr spannend finden. Und deswegen möchte ich auch gerne das Wort übergeben an Scarlett, die uns eine mehr theoretischere Sicht auch nochmal auf dieses Thema. Schön, dass ihr schon mal ein paar Sachen gesagt habt. Man sieht auch gleich Spannung, wo eigentlich die gleichen Sachen auf beiden Seiten auftauchen, mit Vertrauen und Misstrauen. Und ich nehme jetzt kurz einen Schritt zurück. Wir haben bei Ethics ein White Paper vor kurzem veröffentlicht und einfach uns damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich überhaupt Vertrauen und wie sieht das mit Vertrauen gegenüber Innovation und auch dem Digitalen aus. Und also hier gerade nur mal so der Crash Course Vertrauen. Da kann man natürlich ewig lang weiter drüber lesen, wenn man Lust hat. Aber zuerst ist Vertrauen eigentlich ein zwischenmenschlicher Austausch. Es ist eine Beziehung, die wir mit Leuten haben, die in uns rum sind. Und diese Beziehung ist eigentlich mit irgendwas in der Zukunft verbunden. Also wenn ich zum Beispiel Lea hier vertraue, dann habe ich eigentlich eine Hoffnung, dass irgendwas Positives dabei rauskommt für mich oder für uns beide. Und indem ich diese so ein bisschen eine Hoffnung dabei habe, gibt es auch viel Risiko für mich oder auch, dass ich vielleicht verletzt werde im Endeffekt, weil vielleicht schafft sie es ja doch nicht, so mitzuwirken, wie ich es gehofft habe oder geplant habe oder mir gedacht habe. Und indem man diese Verlässlichkeit hat, dieses Risiko, ist es genau wichtig, was wir hier auch schon gehört haben, dass wir unser Vertrauen mit Sorgfalt schenken. Also eine Art gerechtfertiges Vertrauen geben und nicht nur zum Beispiel Blindvertrauen. Auf Englisch wurde das auch schon Intelligent Trust genannt. Also es hat ein bisschen was auch mit Denken zu tun. Und das kann sich dann in zwei Wegen abspielen. Also Person A kann Person B völlig vertrauen. Ich vertraue sie für alles oder ich vertraue, also Person A vertraut Person B, um X zu tun. Und ich glaube, das ist auch, was wir öfters sehen werden in diesem digitalen Kontext, in dem innovativen Kontext, weil wir häufig die Leute, die da mitspielen oder auch die Institutionen, die da vielleicht dahinter sind, nicht so kennen, wie wir zum Beispiel Familienmitglieder kennen, nahe Freunde, Partner in unserem Leben, wo wir wirklich dieses A vertraut B Punkt haben können. Dieses Vertrauen kann sich aber auch in einem größeren Kontext abspielen. Also es ist nicht immer nur eine Person zu einer anderen, sondern man kann dieses Vertrauen auch innerhalb einer Gemeinschaft und Gesellschaft empfinden. Das ist das sogenannte Generalized Trust. Und das spielt sich vielleicht ein bisschen mehr auf der Ebene aus, wenn wir in den Zug steigen, können wir darauf vertrauen, dass im Generellen die Leute sich auf einer gewissen Art benehmen werden und dass das alles gut läuft, wenn wir in den Zug steigen, weil wir mit unseren Mitmenschen eine Art Vertrauen teilen. Dann kommt die Frage, wie bauen wir überhaupt dieses Vertrauen auf? Was sind da die verschiedenen Komponente, die Bausteine, die vielleicht da mitspielen? Wir haben uns so das Bild von einem Bogen ausgesucht, dass man überlegt, wie diese Bausteine alle sich verknüpfen und zusammen den Bogen des Vertrauens aufbauen können. Ich würde jetzt nur kurz sagen, ich glaube nicht, dass es in jedem Fall jeden Baustein braucht und dass sie natürlich auch wirklich miteinander sehr verknüpft sind. Und daher habe ich die jetzt so ein bisschen auseinandergezogen, dass wir die einfach so mal angucken können. Der erste ist die Zuverlässigkeit. Das hat so ein bisschen mit einem Routine-Effekt zu tun. Einfach weiß ich, dass etwas passieren wird, mehr oder weniger. Damit habe ich aber keinen Sinn von, was ist der Plan da? Steckt überhaupt was dahinter? Ich weiß nur, okay, normalerweise passiert X. Also normalerweise. Dann kommt die Gewissheit. Das ist eine Minimierung von dieser Unsicherheit, die man vielleicht hat. Obwohl ich würde sagen, wenn man 100% gewiss ist, dass etwas kommt, dann braucht man eigentlich Vertrauen nicht mehr so, weil das Risiko gar nicht existiert. Man weiß genau, was passieren wird. Aber dennoch, Gewissheit zu haben, zum bestimmten Grad ist das schon hilfreich, wenn man über Vertrauen spricht. Das große Wort Transparenz spielt natürlich auch mit. Das sind die Informationen, die wir entgegennehmen können, bevor wir vielleicht mit Vertrauen dann uns einlassen. Hier würde ich auch sagen, Transparenz wichtig, aber nicht das Ende. Also es ist nicht das Einzige, das es braucht für Vertrauen. Wir können auch ein paar Versicherungen oder Gewissheiten von Drittparteien uns abnehmen oder holen, indem sie im Prinzip sagen können, okay, ihr vertraut hier mal, ihr macht da mal mit und wenn es jetzt total scheitert, also es ist schlecht gelaufen, dann kriegt ihr vielleicht doch noch das oder könnt dann das noch machen. Also es ist fast so eine Art Ausweg, falls unser Vertrauen schlecht sich abspielt. Dieses Ethos des Vertrauens, das ist dieses Generalized Trust eher, so mehr wir uns fühlen, dass wir so im Generellen unseren Mitmenschen einfach vertrauen können, so mehr stabil das auch ist, desto eher können wir auch Mensch zu Mensch oder in neue Beziehungen Vertrauen aufbauen. Also das gibt uns auch so eine Art Gewissheit für die Leute, die um uns rum sind. Das spielt natürlich auch mit den Gemeinsamkeiten mit und hier ist es nur, dass wir irgendwas suchen, dass wir mit diesen Partnern teilen. Was ist es, dass wir gleich haben, worauf ich dann sagen kann, ah, okay, wir haben für diese Zukunftsszenarie etwas Ähnliches. Sehr oft könnte man da sehr groß von Weltanschauungen sprechen oder auch eben die Werte. Und Werte für uns sind wirklich dieser Schlüsselstein in der Mitte, wer sich wegen der Architektur noch mit mir sprechen will danach, kann das ruhig machen, aber der sitzt dann so richtig schön in dem Bogen drin und hält das wirklich alles fest zusammen. Und diese Werte geben uns einen Sinn davon, dass wir uns wirklich auf einer Grundbasis über etwas geeinigt haben und dass das ein Mitspielendes Ziel ist, wenn wir über Vertrauen sprechen. Und deswegen, wenn die Werte vielleicht wegfallen, kann man trotzdem einen Bogen kriegen, der fällt vielleicht dann leichter zusammen, weil wir uns nicht wieder auf diese Grundebene richten können. So, das war einfach generell ein bisschen zu vertrauen. Dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das in der Demokratie? Und dieser Wertebasis, der mit diesem Vertrauen zusammenspielt, gibt uns innerhalb einer Gesellschaft, die in der Demokratie natürlich auch mitspielt, eine Stabilität, auf die wir immer wieder zurückfallen können, weil diese Werte sich eigentlich nicht oft ändern und relativ über Zeit stabil bleiben. Dann können wir immer wieder zu denen zurückkommen und gibt uns eine Art Übereinstimmungen. Ein paar klassische Exemplare für Demokratie wären zum Beispiel, dass jede Stimme eigentlich gleich zählen sollte, dass die Mehrheit ein wichtiger Faktor ist, wenn man darüber spricht, was bei rauskommt zukünftig. Und die fundamentalen Werte, die ändern sich eigentlich nicht so viel und damit die Stabilität. Vertrauen erlaubt auch, dass wir eher kooperative Projekte angehen. Und das ist genau das, weil Vertrauen uns hilft, mit diesen Unsicherheiten, mit dem Risiko, ein bisschen besser umzugehen. Ich gehe eher ein Risiko ein, wenn ich weiß, dass hier die Lea bei mir, mit mir steht, als wenn ich alleine stehe. Und wenn wir von der Demokratie reden, reden wir ja oft über Änderungen, die über Zeit stattfinden. Änderungen haben immer Risiko-Unsicherheiten mit sich, weil wir nicht 100 Prozent wissen, was kommt da jetzt eigentlich bei raus. Also man hat einzelne Projekte, aber Demokratie selber ist ja auch ein kooperatives Projekt, in das wir zusammen eingehen. Und um das zu machen, brauchen wir einen gewissen Level von Vertrauen mit den Leuten, an das wir, also wo wir da rangehen wollen. Und das ist dann eher auf dieser Ebene von generalized trust, dass wir die Zusammengehörigkeit ein bisschen aufbauen und dann wirklich als Gruppe zukunftsorientiert denken können. Das waren einfach ein paar Stichpunkte, warum Demokratie, Vertrauen zusammenhängen. Und jetzt kommt eben das Spannende und das ist, wir haben schon heute Morgen wegen Misstrauen gehört, wir haben gerade schon ein paar Sachen gezeigt wegen Misstrauen. Und dann ist natürlich die Frage, fällt jetzt alles auseinander, wenn wir Misstrauen, obwohl wir Vertrauen eigentlich brauchen für Demokratie? Und die Antwort ist vielleicht gar nicht mal so. Misstrauen spielt ja vielleicht mit. Und hier ist schon mal ein kleiner Comic, der uns eine kleine Einleitung dazu gibt. Zwei Kollegen an der Arbeit, der erste fragt Wally, was ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Dummheit? Und sein Kollege sagt, halt mal den Gedanke, ich komme gleich zurück. Und kommt natürlich nicht zurück. Also für den einen Kollegen ist die Zukunft etwas zerstört worden, und er hat seine Zeit vergeudet. Er hat nicht gut vertraut in dem Fall. Die Aussage ist ja eigentlich, dass dieses blinde Vertrauen vielleicht eher auf Dummheit grenzt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das hatten wir auch schon gehört, das reflektiert das auch im Englischen, dass man schon von mal Intelligent Trust gesprochen hat. Man muss eigentlich ein bisschen mitdenken, um gutes Vertrauen auch zu schenken. Wenn wir es also ganz simpel angucken, Vertrauen erlaubt Misstrauen uns, Sachen ein bisschen auszudenken, diese Bausteine ein bisschen besser durchzugehen und dann zu überlegen, wo ist eigentlich etwas, das vertrauenswürdig ist, und dem schenke ich dann mein Vertrauen. Man kommt zu Vertrauen an, irgendwas ändert sich mal immer wieder, oder vielleicht ändert sich die Person ein bisschen, und dann müssen wir wieder sagen, ah, okay, ich evaluiere nochmal. Und es gibt so einen kleinen Zyklus, also dass man immer wieder ein bisschen misstraut, dann kommt das Vertrauen und dann wieder zurück. Wenn wir das für die Demokratie nochmal anschauen, haben wir zum Beispiel, ich fange mal hier oben links an, bei einer Änderung, es gibt eine Änderung, und dann kommt ein konkreter Ausdruck der Demokratie. Also vielleicht die genaue Person, die als Beamtin gewählt worden ist, eine genaue Regulierung, die genauen Tools, die wir gerade angeboten bekommen, um in der Demokratie mitzumachen. Und da das ja, dieser Ausdruck mal gekommen ist, das war auch eine Änderung, dann gehe ich weiter und gucke mir nochmal an, soll ich jetzt wirklich dem gegenüber vertrauen. Und das nennen sie auch Vigilance, so genannt. Und dann misstrauen wir erstmal wieder als Bürger und gehen dann wieder auf eine Änderung ein. Dieses Misstrauen kann dann wieder motivieren, eine Änderung anzufangen. Und deswegen ist es in der Demokratie auch wichtig. Ich habe hier gerade noch ein kurzes Zitat von Mishla und Rose, wo die das ein bisschen zusammenfügen. Und sie sagen, Demokratie erfordert Vertrauen, setzt aber auch eine aktive und wachsame, also vigilant Bürgerschaft mit einer gesunden Skepsis gegenüber der Regierung voraus. Demokratie braucht auch Leute, die misstrauen sozusagen. Und dann die Bereitschaft, im Bedarfsfall das Vertrauen auszusetzen und die Regierung demokratischer Kontrolle zu unterziehen. Also wenn man mit dem Misstrauen merkt, hier stimmt was nicht so gut, Änderungen veranlassen. Gut, das war so der Crash Course, Vertrauen, Missvertrauen. Wer noch Fragen hat, bitte auf uns zukommen danach. Wir reden gerne noch darüber. Dann wollten wir kurz noch ein bisschen weiter überlegen mit dem Exemplar. Wir haben jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit, aber wenn wir jetzt überlegen, E-Voting und diese Bausteine angucken, einfach mal anfangs überlegen, was braucht es vielleicht da für euch, auf welchen Bausteinen beruht dann vielleicht Vertrauen in E-Voting. Ich gebe es dir gerade nochmal. Ja, eben, wir haben gedacht, es ist vielleicht spannend, uns zu überlegen. E-Voting ist also ein kritisches, eigentlich ein Tool der digitalen Demokratie, wird immer so als Beispiel auch genannt. Und wir haben in der Schweiz aber einen Fall, wo wir eben sehr viel Misstrauen jetzt auch gesehen haben, ist sicher auch hier rum. Wenn wir nochmal fragen würden, wer vertraut einer staatlichen, einer E-Voting-Plattform vom Schweizer Staat entwickelten, dann ist das wahrscheinlich nicht so groß. und wir haben uns überlegt, okay, was würdet ihr sagen, an welchen dieser Building Blocks oder dieser Bausteine von Vertrauen hapert es denn am meisten? Und was wäre für euch, woran müssten wir ansetzen, um eigentlich vielleicht dieses Vertrauen in E-Voting zu erhöhen oder aufzubauen? Hier vorne. Roger Fischer von Datamap. Ich denke, oder ich denke, dass die hier beim E-Voting ganz klar die Transparenz das grösste Problem ist. Das hat die Sarah Lewis, ich weiss nicht mehr genau, den dritten Namen, aber die hat ja dieses E-Voting eigentlich, also hat gemerkt, da stimmt ziemlich viel nicht. und ich denke, sie hat sehr klar gesagt, es muss einfach transparent sein und es ist auch ein langer Weg. Das ist etwas super Schwieriges und es braucht die Ressourcen. Man kann das nicht so schnell über eine Privatfirma einfach machen. Und welche Art von Transparenz ist da wichtig? Geht es darum, die technischen Spezifikationen eines solchen Systems transparent zu machen? Geht es darum, transparenter zu kommunizieren? Was zum Beispiel mit den Daten passiert? Transparenz ist ein sehr breites Wort. Wir wollen alle mehr Transparenz. Aber um welche Aspekte, denkst du, sind da vor allem wichtig? Ich beziehe mich eigentlich nur auf Sie da, weil ich glaube, ich bin wirklich die große Spezialistin vor allem für den Schweizer Fall ist. Und sie sagt einfach, natürlich technische Transparenz. Man muss ein solches System einfach transparent bauen. Von Anfang an, dass man alles versteht und dass alle Zugriff haben und dass eben auch mehrere Experten das anschauen können und sagen, da haben wir ein Problem. Ich glaube, also in diesem Fall geht es wirklich um Technologie, das wirklich zu verstehen, als ersten Building Block. Also sehr interessant hier auch, dass der Prozess transparent sein muss in dem Moment, wo es kreiert wird, anstatt nur am Ende zum Beispiel einen Code veröffentlichen oder so. Gut, noch ein, hier vorne noch. Hallo Tim Reutemann. Ich denke, für mich ist der kritischste Punkt eigentlich gar nicht auf dem Slide drauf, sondern kam auf einen früheren von euch, nämlich das Vertrauen, um was zu tun. Okay, gut. Und wenn es gerade darum geht, Schweizer Volksinitiative im Prinzip höchste Gesetzestufe zu verändern, braucht ich extrem viel Vertrauen in das System und werde das wahrscheinlich auch nie haben für ein E-Booting-System, egal welches. Es muss 100% Papier bleiben für mich. Gleichzeitig, im Moment haben wir das Vertrauen, ich bin selber in der öffentlichen Verwaltung und die Chefin von der Chefin von der Chefin von meinem Chef wurde gewählt. Und trotzdem treffe ich Entscheidungen oder Leute auf meinem Niveau allgemein in der Verwaltung treffen sehr wichtige Entscheidungen, die wir durchaus, wo wir durchaus öfter darüber abstimmen könnten. Nur sind das so viele, so viele kleine Entscheidungen, dass niemand, das ist technisch im Moment nicht möglich. Mit E-Voting wäre es möglich. Also kleine Budgets, kleine Entscheidungen könnten als Case Study als mal probieren und wenn es dann schief geht, geht es schief und ist nicht viel verloren. Okay, das Risiko ein bisschen minimieren in dem Moment, dass wir es erstmal auf einer anderen Ebene ausprobieren und auch dieses X wirklich feststellen. Für was vertraue ich jetzt diese Technologie? Das ist vielleicht auch eine transparente Sache. Wie können wir das aufklären? Hier hinten noch. Ja, also beim Vertrauen, ich weiss nicht, wie das genau einzuordnen ist, aber jetzt beim Abstimmen weiss ich eigentlich, was passiert. Also ich kann zählen, ich könnte nachzählen. Beim E-Voting kommt Computer ins Spiel und da verstehe ich es eigentlich nicht mehr, wie es läuft. Okay. Also ich muss einfach glauben, es ist eine Blackbox. Also das ist vielleicht die Transparenz. Ja. Würde es zum Beispiel in dem Fall helfen, dass es etwas mit zum Beispiel Drittparteienregulierung, also wenn man merkt, was ist falsch gelaufen, dann darfst du das und das beantragen? Steht dir zu? Ich frage nur, ja. Ich glaube, der Punkt ist der, also wir können halt über Leben und Tod entscheiden oder über das Wohlergehen von Menschen durch Abstimmung. Ja. Und das ist einfach trivial, ich kann zählen. Also ich weiss, was im Prinzip gegeben sein muss. Und das ist nicht dasselbe. Okay. Also, ja. Ja, gut. Gerade noch nebenan. Um noch ein bisschen in dieselbe Kerbe zu hauen. Wenn ich der Verwaltung trauen muss, dass sie das alles technisch so eingerichtet hat, wie sie behauptet hat, dann hat das den Nachteil, dass ich zu einem großen Teil denen trauen muss, die nachher gewählt werden wollen. Und ein wesentlicher Vorteil von dieser stark verteilten Stimmzählung von Papieren in vielen kleinen Büros und Zimmern hat den Vorteil, dass es auf zigtausend Leute verteilt ist und nicht in der Hand von einigen wenigen, die massiv profitieren könnten von der Manipulation von der ganzen Sache. Okay. Also eine Verteilung davon könnte in dem Fall dann helfen. Also, dass es nicht eine Person ist, in der ich absolut vertrauen muss. Ja, okay. Oder, ja, okay. Eine Gruppe. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist irgendwie knapp beziehungsweise schon fast vorüber. Wir wollten noch... Es war jetzt nur eine sehr kurze Einführung. Ich denke, wir können auch dieses Thema weiter besprechen. Wir glauben auch eben, dass diese Frage des Ethos, des Vertrauens sehr wichtig ist. Wir hören es jetzt immer wieder. Es gibt ein grundsätzliches Misstrauen eben gegenüber zum Beispiel einer Bundeskanzlei als auch Institution, als Verwaltung und diese eben eigentlich dieses Ethos des Vertrauens auch hier, dass dort eigentlich die Krux im Moment liegt, dass man das wieder aufbauen muss. Vielleicht auch eben die, um nochmal so den Link zu heute Morgen machen, diese Idee, dass eigentlich der Schweizer Staat, die Schweizer Bundeskanzlei und darüber geht es ja, oder die Schweizer Verwaltung, dass die auch als kompetent vielleicht wahrgenommen werden in einer, in der digitalen Welt und dass dort das Vertrauen wieder aufgebaut werden muss. Eben, wir wollten, wir sind von Ethics, falls ihr euch interessiert, wir haben jetzt eigentlich keine Zeit mehr, um das noch groß auszuführen, sind wir gerne auch noch hier bereit. Wir haben auch von dem White Paper, was Scarlett erwähnt hat, noch ein paar sehr analoge Kopien dabei, falls sich jemand dafür interessiert. Ja, und danken euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und eure Partikation. Schöne Zeit noch. Ja.